Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokemon Platin Edition. Wir haben uns zum Schluss der letzten Episode noch ein Macholo gefangen. Und das werden wir in dieser Arena auch gut gebrauchen können. Ich hoffe nur, dass es nicht allzu schnell besiegt wird. Ich würde nur mal die Tunie ein bisschen leiser machen. Und ich bin immer noch leicht angeschlagen. Das wird sich auch noch ein paar Tage hinziehen. Man hört es vermutlich auch an der Stimme etwas. Aber dies lasse ich mir hier absolut jetzt nicht mehr nehmen. Soweit geht es mir natürlich aber auch schon besser. Die Kopfschmerzen sind schon viel weniger geworden. Das einzige was ich jetzt noch habe sind ein paar Halsschmerzen. Das wird sich auch noch eine Weile hinziehen. Der Husten löst sich auch schon so weit so gut. Komm schon, hör auf mit einem scheiß Steinwurf. Okay. Da muss ich vielleicht doch ein bisschen Eis ran nehmen. Ja toll. Wenn nachher ein anderes Punkt noch reinkommt, wird es von Tatschleine getroffen. Wieso auch nicht? Ja. Mach-Holo ist vielleicht noch etwas zu schwach, was das angeht. Ey, cool. Da wird der Verhandlung von Volltreppe gelangen. Ja genau. Ja genau. Heil dein Pokémon. Vielleicht hätte ich vorher noch ein bisschen trainieren sollen, dann stand gleich hier in die Pokémon Arena zu gehen. Gut, hilft nichts. Können wir halt nichts dran ändern. Wäre zwar schön, wenn unser Checker auch eine Kapp-Attacke beherrschen würde. Kennst du ja nicht. Boah, Alter. What? Nein. Ich wollte doch gerade gar nicht einsetzen. Okay. Da habe ich mal selbst versagt. Jetzt habe ich mir den Angriff hier ein bisschen schwächelt. War klar. Ich musste ja wieder die Klappe aufreißen. In der letzten Folge habe ich die Klappe aufgerissen. Oh, wir werden ihn vielleicht doch beim ersten Mal schlagen. Ja. Genau so sieht es aus. Und ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Entsprechend das tut jedes Mal weh am Rachen. Sobald du irgendwie sprichst, tut dir der ganze Gahana ein Willen. Aber hilft dir nichts. Nicht gebrochen werden muss ja. Tobias will ich jetzt so und so viel. Ja, ja. Ich weiß, wie wir ins Bock machen. Dann werden wir laufen. Und Schwester Joy, das hättest du doch machen können, werden wir auf dem schwarzen Bildschirm mal da. Aber das machst du ja natürlich. Ja. Oh, guck mal. Mein Akkuzustand ist niedrig. Sollte ich vielleicht mal heranhängen. Ist das? Nee. Okay. Gut. Gehen wir Mach-Holo trainieren. Level 10 sollte an sich eigentlich reichen, glaube ich. Boah. Das ist das perfekte Level zum Trip. Mach-Holo Fuß-Kick. Hört ihr mal auf mit einem Endglar? Alte Fuß-Kick ist ne Kampfattacke. Und Kampfattacke gegen Gestalt-Pokemon sind effektiv. Ja, ja wie schwach ist dieses Vieh. Käm. Sorry. Nee, das ist ja unglaublich. Deine WC sieht noch nicht mal aus. Aber immerhin, ne? Haben wir nicht dort ein paar Tränen zu kämpfen? Das wäre natürlich sehr praktisch. Äh, diese Einigler-Attacke, ne? Es gibt mindestens eine Attacke, die ich jedes Mal gleich zum Kotzen finde. In der ersten Generation war es ein Reuler und Silberdick, die haben total genervt. Mittlerweile ist es ja ein Egle, aber ich eigentlich immer zufrieden bin. Da haben wir doch bestimmt ein paar Träner zum Kämpfen. Mit Sicherheit. Vorausgesetze, ich habe auch mal Zeit, so hier irgendeine Person durchzulaufen. Aber darauf werde ich wohl verzichten müssen. Ich wäre so scheiße, mit dieser angeknacksten Stimme zu sprechen. Das ist doch ekelhaft, ist das. Ja, wie viel EP kriege ich auch? 62 Puls. Hat aber gereicht für Level 9. Sie sind mehrverlässliche Partner gewonnen. Ja, danke. Ich habe meine Pokémon-Zauber geschmuggelt. Du böser, böser Junge da. Ja, der Kleinstadt hat er geschmuggelt. Du kleine Rambauke, du. Wenn sie aber gleich auf sind. Perfekt. Karate schlagt noch besser. Ich habe ja nichts dagegen, dass Pokémon auftauchen. Aber wenn du dich noch nicht mal einen Schritt bewegen kannst, ohne dass sie auftauchen. Dann ist das schon so eine Sache. Eigentlich würde ich weitergucken, aber... Ach, was ist los? Gut, ich glaube, ich habe es mir gerade anders umlegt. Ich will hier unbedingt raus. Wait, what? Scheiße, mir verraten alles. Ich glaube, ich glaube, ich... Oh, Supershall... Oh, Supershall... Junge, Supershall braucht kein Mensch. Ah, zeig dir, was du drauf hast, Spatz. Die macht ja gar nichts. wir gehen hier irgendwann noch mal rein aber dann bitte mit schutz das ist ja nerven aufreimt unbedingt mit schutz sehr grauenhaft ja dann sieht hier noch ja fast hier waren ein paar steine oder zumindest dachte ich das es waren pokémon die die steine aussehen je den mina arbeit hat ein pokémon dabei sie von sie freuen sich vielleicht heraus ah danke das wollte ich doch los und ist noch ein kampf damit sich machen um eine blau steigen Mehr will ich gar nicht. Und dieses gleiche Iron hat es vollbracht. Gut. Dann wollen wir mal kurz ins Pokémon Sailorna geben für uns in die Arena. Jetzt sollte dieses verdammte Kleinschein keine Probleme mehr darstellen. Ich glaube, ich höre nachher wieder eine Runde Spotify. Bisschen Musik. Ich habe sogar Spotify für mich entdeckt. Nachdem ich mit Freunden feiern war und die natürlich schöne Musik aus den 90ern gehabt haben, habe ich mir gedacht, komm, heute Spotify suchst du auch nach den 90ern. Einige Lieder waren da richtig geil. Da waren so einige Lieder dabei. Wie Skatman. Zum Beispiel. Oder... Oh Gott, das ist wirklich. Ich komme einfach manchmal gleich auf den Namen. Naja, aber... Ich... 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 Ich mag die Lieder der 90er. Gibt doch einige gute aus den... aus den... 2000er. Das ist vor allem ein Lied, was ich unbedingt wieder hören möchte, aber ich finde das Lied nicht, weder bei YouTube noch irgendwo anders. Ich meine, ich weiß mal auch, wie der Künstler heißt, aber das Problem ist, schreib den Künstler erst mal, weil von diesen Namen gibt es so viele verschiedene Ausführungen, wie du sie schreiben kannst, das ist es ja. Ein Cocknodon. Cocknodon müsste beim Opfertyp Stahl sein. Was, ist Schreck zurück? Oh, komm bitte. Lol. Warte mal, sind wir in Kappakaten die Attack gegen Stahl-Pokémon gut? Wenn ja, war das gerade eine Vierfach-Schwäche. Versuch, Gesichter zu erlernen. Möchtest du, äh, ja, Gesichter? Gesichter ist an sich eigentlich eine nervige Attacke. Gut, wenn man sich seine kann, aber... Brauche ich sie? Nö, eigentlich nicht. Setz ohne sein. Weiterkämpfen. Du glaubst, du kannst das nächste Pro- und das nächste Pro- und das ist auch. Das ist, glaube ich, nicht nur mein Lieber, das weiß ich. Okay, eben hab ich gedacht, ich gedauert, weil ich nicht aufgepasst hab. Kapi, jahoo, tränke, ja. Wie zieht der mir eigentlich mit dem Steinhof ab? Okay. Puh. Das sollte reichen, um auch nichts eigentlich zu besiehen. Und dann können wir uns danach auch endlich aufmachen. Unsere Reise weiterführen. Perfekt. Ja, 277. Ich wollte schon sagen, Next Level. Was, das darf nicht wahr sein. Naja. Das ist beschämend. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Felsenhardt. Du bist stark. Und ich war schwach. So ist das nun mal. Nach den Regeln der Pokémon-Liga verleihe ich dir hiermit unseren Orden. Als Beweis, dass du mich besiegt hast. Dies ist der offizielle Kohle-Orden. Der Pokémon-Liga. Wir haben also den Kohle-Orden gekriegt. Der Kohle-Orden erlaubt, dass deinem Pokémon die versteckte Maschine Zertrummer auch außerhalb eines Kampfes anzuwenden. Und dies ist auch noch für dich. TM 76. 76? Das ist? Tarnsteine. Sie fügt ihn gegen einen Schaden zu, die neu in den Kampf kommen. Die TM bringt einen Pokémon die enthaltene Attacke sofort bei. Aber du kannst sie nur einmal verwenden. Überlege dir gut, welches Pokémon die Attacke lernen soll. Naja. Ich glaube, ab Generation 5 war das erst. Dass man die TM auch mehrmals einsetzen kann. Gut. Aber, was jetzt doch positiver ist, wir sehen hier die Orden. Und das Beste ist, ich kann diese Orden auch polieren. Und nach einer Weile, wenn ich sie richtig stark poliert habe, glänzen sie auch. Erst mit zwei und dann glaube ich nachher auch mit vier. Aber das habe ich ganz, ganz selten mal gemacht. Ich denke mal, das ist so. Ja, genau. Jetzt glänzen sie also ganz super. Und der Weg führt uns erst mal ins Pokémon Center, damit wir aufladen können. Damit wir die Pokémon das mal heilen können. Denn das ist erst mal das. Da ging es schon wieder los. Ich sollte Luft holen zwischen den ganzen Reden. Das vergesse ich öfters mal. Danke, Schwester Joy. So. Nach Hollow kann er es mal nach da hin. Dann tauschen. Die Zerf wird uns eine kleine VM-Schlampe. Das war von vornherein klar. Ich nenne sie so gerne VM-Schlampe. Es war ein bisschen fies und gemein, aber... Wenn es nun mal so ist... Oh, na... Ups, Tobias. Du hast den Orden bekommen, was? Ewigen genau ist der nächste Ort, der eine Arena hat. Habe ich nicht recht? Ich bin zur Route 210 gegangen. Das heißt, nicht wirklich gegangen. Ohne einen Fahrrad kommst du da gar nicht hin. Aber dort habe ich... Zusammen mit meinem Team viele Kämpfe ausgeteilt. So... Sind wir Stärke gewonnen. Hat sich gelohnt. Nun gehe ich zurück nach Jubelstadt. Als nächstes steht der Orden von... Egelgenau auf meiner Liste. In 10 Sekunden sprinte ich los. 9? Bäh! Wer hat schon Zeit zu zählen? Alter, freue ich mich, wenn ich wieder nochmal sprechen kann. Dann hat das ganze Gezichtere hier ein Ende. Dann kann ich glaube, ob wir die Stimme perfekte... Ja, guck, was heißt perfekt. Aber einigermaßen verändern, so dass sie besser klingen. Aber momentan ist es einfach nur... Kakel. Okay, wir müssen nach Jubelstadt. Da unten ist ein Pokéball. Und diesen Pokéball will ich haben. Und da ist X-Airbair drinnen. Und das ist das hier nicht. So, ich glaube... LeBelle! Du nennst ja gar kein... Du nennst ja gar kein Adressbuch dein eigen. Wie bizarr. Dabei gibt es im Keller des Pokémon-Zenters doch eins umsonst. Es gibt in diesem Jubelstadt hier offenbar keine dunklen Gestalten. Meine Nachforschungen werden mich nun an andere Orte bringen. Aber, liebesbefreundendes Wesen, halte die Augen offen. Komische Subjekte können jederzeit auftauchen. Man muss gewappnet sein. Ja, das glaube ich dir sofort aufs Wort, mein Lieber. Was muss ich da hören, Professor Eibein? Bleibt keine Wahl. Jetzt rücken Sie schon mit Ihren Forschungsergebnissen raus. Verlaufe steht sich. Für Ihr Fehlverhalten müsste sonst leider diese Person hier gerade stehen. Und das will doch keiner, oder? Ah, Tobias, wie schön, dich zu sehen. Wie geht es mit dem Pokédex? Oh, was sehe ich denn da? Den grauen der Arena von Erzlingen? Aber, hatte ich dir dein erstes Pokémon nicht gerade erst gegeben? Das Leben als Trainer scheint wie für dich gemacht. Professor, alle Pokémon machen sie es uns doch nicht so schwer. Es geht hier ums Geschäft. Verstehen Sie das? Unsere Arbeit sonst nichts? Was ich damit sagen will, gehen Sie auf unsere Forderung rein. Ruhe, alle miteinander. Wieso muss ich mich nur mit euch abgeben? Zunächst solltet ihr euch einmal einige Lektionen in die Zukunft eignen. Erstens, man logert nicht einfach so an öffentlichen Parkplätzen. Warum? Öffentlichen Plätzen. Zweitens, unterbrecht andere nicht mit dem Gespräch. Drittens, wenn etwas nicht nach Plan läuft, wird man nicht gleich frech. Viertens, nur weil ihr in einer Gruppe seid, seid ihr nicht die Stärkeren. Und fünftens, was habt ihr da nur für absurde Anzüge an? Geschmacklos. Herrje, und sowas nennt sich Erwachsene. Kinder, wach bloß nicht... Wach bloß nicht... Wach bloß nicht zu solchen feindlichen Exemplaren heran. Also ich kann ja nicht mal mehr lesen heute. Ihhh, natürlich mussten sie unter die gute Linie gehen. Jetzt wurde aus einer geschäftlichen Angelegenheit eine persönliche. Wir fühlen uns gezwungen, unsere Kompetenz unter Beweis zu stellen. Sie werden es noch bereuen, die im Galaktik... ...beleidigt zu haben. Kinder, bitte bringt diesen Rohling etwas Anstand bei. Tobias, lass uns zusammen kämpfen. Na gut, machen wir einen Doppelkampf. Oh, guck mal, sie hat eine schön Last. Alter, wie ich das hasse, wenn sie einen Mogelieb einsetzen. Das ist doch genauso scheiße. Ah! Na gut, wer so ist, was noch mal? Hm. Schwarz, vielleicht verzichte ich auch auf dich. Ich bin noch gar nicht genug Anriff für Pokémon. Denk' ich zumindest. Danke, dass ich jetzt auch mal angreifen kann. Hm. War nicht gut. Cool, aber ich wurde verschont. Ja, trotzdem nicht gut. Energiefokus. Energiefokus. Bringt dir aber nichts. Mann, ist doch schön, dass du Schilast angreifst. Cool, Nobel-Elf. Eine gute Elektroattacke wäre jetzt was Feines. Richtig gute Elektroattacke. Ich möchte aber nicht, dass die Dings drauf geht jetzt. Ich hätte vielleicht auch was Spaß machen sollen, aber... Hat der nichts gemacht? Oh, ja, senkt den Angriff noch weiter. Ich verstehe nicht, was die immer davon haben. Hey, immerhin, Level 12. Guck mal. Wir haben beide Galaktikgruppe besiegt. Oh. Es ist ja schön, dass sich der Husten löst, ne? Aber das ist... Boah. Man ist eigentlich ständig nur am Husten. Mann. Gut. Tobias, wusstest du, dass auch der Professor die Entwicklung von Pokémon studiert? Er sagt, dass 90% aller Pokémon auf die eine oder andere Weise mit der Entwicklung zu tun haben. Wahrscheinlich wollten die Leute deshalb Professor Alpes Forschungsergebnisse gewaltt haben. Ja. Das wird's vermutlich sein. Wie sie sammelst du nicht alle Runden, die es im Senua-Aren zu holen gibt. Dabei triffst du unzweifel auf eine Unmenge an Pokémon. So fühlen sich auch die Seiten deines Pokédexes immer weiter. Es wäre also für dich ein Abenteuer und für meine Forschung eine Hilfe. Natürlich ist dir das freigeschalten. Das erste Pokémon auf den Pokédex hast du von mir erhalten. Es ist nun allein deine Entscheidung, was du mit beiden anstellst. Ja, jetzt... Oh, war das klasse. Wirklich sehr gut. Excellent. Oh, entschuldige. Ich bin von Jubelstadt TV. Ich habe hier etwas für dich. Eine Belohnung dafür, dass ich mir diesen Bandeskampf ansehen durfte. Ohne Koffer. Cool. Hinreisen nach Access-Fast, geschmackvolle Kulissen, stelle der Pokémon mit Access-Fast aus und ziehe dir an, wie seine Ausstellung steigt. Ja, das werden wir vermutlich auch nochmal irgendwann machen, aber nicht jetzt. Ich werde jetzt eigentlich erstmal nur ins Pokémon-Zelle meine Pokémon heilen. Und vielleicht werden wir uns auch das Adressbuch holen. Wenn wir schon hier sind. Ich würde sagen, wenn wir schon hier sind, können wir uns auch gleich das Adressbuch holen. Äh, mal verkloppt. Jetzt darf ich dir nichts geben. Adressbuch, danke. Das Adressbuch ist eben dafür da, dass man die Freundes-Codes da eingehen kann. Und dann anschließend nachher mit Freunden kämpfen, tauschen und dergleichen. Alles tun kann. Interessiert mich nicht, bringt mir sowieso nichts auf dem Emulator. Eigentlich hätte ich es genauso gut weglassen können. Ich glaube, ich konnte hier ein Dings fangen. Ein Barmen-Liege. Barmen-Liege möchte ich unbedingt haben. Ich glaube, ich könnte hier ein Dings fangen. Weil, äh, zurex wegen Wassertank und vor allem wegen Server. Server werden wir nachher, denke ich mal, auch aufgenommen werden. Juhu! Vor allem, wenn wir nachher zu Pokémon-Lieger wollen. Oh, wir haben schon 20 Uhr. Kein Wunder, dass Nacht geworden ist. Guck mal, ein Parahalder. Parahalder kann man immer brauchen. Es wundert mich, dass hier noch keine Pokémon aufgetaucht sind. Ja, also, Gras, wirst du nicht reinkommen. Aber hier, hier musst du mir wieder auf den Sack gehen, ne? Ah, was tun wir nicht alles nur um die Pokédexportie? Ja, guck mal, das Pokémon hatte ich auch noch nicht im Moment gesichtet. Also, gleich hier haben wir mit dem Eintracht. So, hier. Hier gibt es sogar noch eine kleine Besonderheit in Pokémon-Plating. Aber das werde ich euch zeigen, wenn es nachher so weit ist. Und zwar, haben wir ja hier sowieso die Pokémon-Lieger. Und hier in diesem Gebiet. Und zwar, um genau zu sein, hier im Erholungsgebiet. Gibt es, äh, so einen kleinen Teich. Dort leben eigentlich nur Karpadors. Aber das Besondere daran ist, diese Karpadors sind auf einem extrem hohen Level. Und, das Besondere an diesen Karpadors noch, es gibt dort ein Karpador, das ein exakt Level 100 hat. Allerdings habe ich es noch nie gesehen. Und ich habe schon öfters mal einfach versucht, es zu angeln. Ich meine, so ein Karpador Level 100 hat schon was, ne? Auf jeden Fall. Ich meine, man trifft ja nicht taktiklich ein Karpador Level 100. Er sagt, ich habe schon Zeit, dass wir, äh, die Folge beenden. Aber es wird auch Zeit, dass ich die Pokémon mal so langsam anwickele. Äh, wisst ihr was? Wir werden uns noch auf den Weg, ein bisschen Windkraftwerk machen. Und Windkraftwerk werden wir dann, die Folge beenden. Also, ich schätze mal so zwei bis drei Minuten etwa. Können wir die Folge noch gehen lassen? Ich spüle gerne. Ihr seht, hier wird zum Tunkel kommen, wenn ich schon die... Warte mal. Da. Einsetzen. So, gehen wir eigentlich mal kurz hier lang? Ich will aber mal gucken, ah. Und jetzt ist aber so langsam gut mit den Hosen. Und du kannst ja nichts machen. Du kannst gar nichts. Ich wollte hier an den Punkt mal. Und selbst vor allem Husten tut der Hals so dermaßen weh, ne? Aber eigentlich sind wir gleich bei Windkraftwerk. Oh, du blöde Kuh. Okay, jetzt wird es schlimm. Ich glaube, bis wir wollen den Kram weg, wenn ich das doch nicht mehr so ganz schaffen. Deswegen würde ich sagen, wir sind hier noch zu Ende. Sollte die ja relativ fix gehen. Ich glaube, es ist noch nicht mehr so. Kikuki. Kikuki, 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 äh... Na ja, das ist immer weiterkann. So, das. Die Entwicklung davon finde ich ein bisschen nice. Auch wenn ich sie selber nicht besitzen möchte, aber... ...finde sie niedlich. Level 13 Doppelteam Nö, nö Erstmal Ja, ja Warte, aber hier Möchte ich, glaube ich Andererseits bin ich ja gleich beim Windkraftfähig Ach, hm, aber ich weiß nicht, was ich tun soll Ja, jetzt momentan ist wirklich Spatz die perfekte Wahl für die Kämpfe Aber ich muss wirklich mal Schein und Schacht wieder voll holen Das ist die Kurze Ja, das mag ich sie Schacht, du auch mal ein bisschen spielen Hoppala Das wollte ich da euch reinholen, aber egal Das konnte von, wenn man so viel dahinter geöffneter hat Oh, naja Ich weiß gar nicht, wann Schefft hier hat der Krüger die 60 Oder die 18 Oder ist es doch schon mal die 14 Ah, ich werde es nicht mehr Oh, fast Lamin 13 Ich liebe Doppelkämpfe Doppelkämpfe Doppelkämpfe, denke ich, richtig schön Am liebsten mag ich auch noch die Dreifachkämpfe Die sind auch noch gut Warum muss man da auch so viel überlegen Oh, wenn sie bis ruck zu dem einsetzen, ist es okay Das lasse ich ihnen ja Das lasse ich ihnen doch gefallen Aber die beiden sind ganz schön stark Aber ich habe auch keinen Bock, jetzt misshobene Drucks Und die Wand zu sagen, nicht, dass sie paralysiert werden Das wird noch reine Routine Bam, 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 bam Das, das, das finde ich ganz gut gemacht Da haben sie ein bisschen, ein bisschen gut Wird reingemommen dafür Ah, ich habe mal dran eingesetzt Damit scheinbar nicht allzu sehr geknippt wird Aber damit hätte ich jetzt nicht geregnet Patschi Riso im Doppelpack Na, wie lange haben wir zwei Daumen? Bisschen, bitte in den Daumen Nein, da Lügelschlag Und Daumen Ja, wir fetzend Und Level 13 Ja Endlich mal eine gute, brauchbare Elektroattacke Hey, kurz Zündunglück habe ich weitergemacht Sehr schön Jetzt haben wir eigentlich Staravia Wir werden auch gleich dafür sorgen, dass Chuck nach vorne kommt Oh, Kugelsaat Schön Können wir vielleicht noch gebrauchen Oh, ein Folly Ja, Folly Ist eigentlich ganz, ganz nettes Kleistoff Vor allem, ist interessant, wenn wir, äh, Dings haben Schämen Hilf mir Trainer, bitte Ich möchte zu meinem Papa Und mein Papa und ich Leben im Windkraftwerk Plötzlich kamen so Da so Leute, die angezogen waren Wie Raumfahrer Sie haben mich aus dem Kraftwerk Gescheucht und zwingen meinem Papa Irgendwas zu tun Bitte Trainer Ja Das, das, das werde ich machen, weil ich Gut, allerdings werde ich das erste in der nächsten Folge machen Eigentlich interessiert mich jetzt Bloß gerade Du interessierst mich eigentlich bloß gerade Kratze Ich muss nicht zu doll schwächen Das doofe ist Setze ich, äh Jetzt gleich Funkensprung ein Ist das fatal Nee, ich brauche mal ein Rufehandy Deswegen muss ich aufpassen, ne Ganz war Teil der Fehler, mein Freund Ganz war Teil der Fehler Hat ja bloß nicht mehr geschwächen Das heißt, somit haben wir dann auch Wenn es drinnen bleibt, einen Barmelin Hat der Barmelin Komm, ich will wenigstens noch einen Barmelin zum Ende der Folge haben Das heißt, die Folge geht wieder viel zu lang Na gut, bin ich ja auch selber schon Was, was, was sag ich auch nicht, man Bis zum Windkraftwerk Nee, aber ich will dieses Barmelin haben Nee, aber ich will dieses Barmelin haben Da lasse ich mir nicht dazwischen funken Endlich Endlich, da koche ich dann immer Bleib drin, bleib drin, bleib drin, bleib drin Bleib drin, bleib drin Hm Hm Na welchen? Wie nenne ich Nick? Nick Nick Passt Gut Leute, ich begebe mich ins Pokémon Center Und ich würde sagen Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen Und würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid Zu Pokémon Gehst du jetzt mal hier an? Pokémon Platini Edition Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao